Anfang Oktober war auf dem Hof Ramsbrock in Senne Apfeltag. Der Hof Ramsbrock, der ist was Besonderes. Der ist einer der ältesten Höfe der Bielefelder Senne überhaupt. Gehörte mit zur ersten Siedlungsperiode. Das heißt, er ist sicherlich um die 600 Jahre alt. Er hat ein Gebäudeensemble, das komplett denkmalgeschützt ist. Ein Ensemble, wie es, glaube ich, im Bielefelder Süden nicht ein zweites Mal gibt. Apfeltag bedeutet, wir versuchen auf das Thema Streuobstwiese, artenreiche Streuobstwiesen, auf Sortenvielfalt von Obstsorten einen Fokus zu legen, einen Spot zu bringen, um dieses Thema näher zu beleuchten und den Leuten zu erzählen, was für Besonderheiten und was für Juwede diese Streuobstwiesen ausmachen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, mitgebrachte Äpfel von einem Pomologen, einem Apfelkundler, bestimmen zu lassen. Das ist westfälischer Gülderling. Das ist eher, sagen wir mal, ein Wirtschaftsapfel. Der schmeckt so frisch vom Baum gar nicht so schlecht, aber ist hart wie Stein. Also man braucht gute Zähne oder ein Messer. Da kann man Leute mit erschlagen. Zum Backen und Kochen braucht man saure Äpfel. Oder wenn man Apfelringe trocknet oder so. All diese Dinge zur Verarbeitung braucht man immer saure Äpfel. Die gibt es ja heute gar nicht mehr zu kaufen, die sauren Äpfel. Wer mindestens 50 Kilogramm eigene Äpfel mitbrachte, konnte sich seinen eigenen Saft pressen lassen. Mein Name ist Beate Wilde, ich habe eine mobile Mosterei. Ich fahre damit durch die Lande und moste halt Äpfel, Birnen und Quitten meistens beim Kunden. Manchmal auch auf so Festen wie heute. Also stehe ich heute hier auf dem Apfelfest im Bielefeld. Also die Äpfel werden erstmal gewaschen und dann kommen sie in unsere Obstmühle. Da werden sie dann klein gemacht. Diese Muste, die da rauskommt, kommt in unsere Packpresse. Da werden sechs Lagen immer in so Tücher reingemacht. Und dazwischen sind immer unsere Bretter. Und dann wird es mit einem eigentlich einem Wagenheber nach unten gedrückt. Und somit haben wir dann den Saft, der auch schon rausläuft. Durch eine Filteranlage läuft das Ganze und eine Pumpe in meinen Pasteur. Im Pasteur wird es dann erhitzt auf 78 Grad und wird dann direkt abgefüllt in diese Back-In-Box. Das sind also so Beutel, die sind schön steril. Dann läuft es direkt rein, kommt in so eine Umverpackung und dann kann es der Kunde direkt mitnehmen. Seit einigen Jahren werden auf Hof Ramsbrock von verschiedenen Organisationen umweltpädagogische Veranstaltungen durchgeführt. Das sind unter anderem die Falken Bielefeld, das ist die Waldjugend Bielefeld, das ist die Biostation im Kreis Paderborn-Senne. Und das ist auch jetzt neuerdings der Schäfer Thomas Rüpping, der hier heute auf dem Apfeltag auch Hütevorführungen und Schervorführungen durchführt. Ziel ist es, durch diese kontinuierliche Umweltpädagogik-Arbeit Stadtkinder, Bielefelder Stadtkinder an Natur, ja ich will nicht sagen zu gewöhnen, aber zumindest mit Natur zu konfrontieren, ihnen die Möglichkeit geben, Natur zu erfahren und zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu wollen wir den Hof umbauen. Der Hof ist denkmalgeschützt und ist schön, so wie er da ist, aber er ist zu unseren Zwecken nicht so zu gebrauchen. Er muss umgebaut werden, es muss hier Geld reinfließen, er muss auch kindgerecht umgebaut werden. Wir brauchen hier eine Toilettenanlage, wir brauchen eine Küche, wir brauchen eine Renovierung des Hauptgebäudes. Und das kostet Geld und zu diesem Zweck haben sich die Initiativen in diesem Förderverein Landschaftspflegehof Ramsbrock zusammengeschlossen. Für den Umbau von Hof Ramsbrock bittet der Förderverein um Spenden. Für den Umbau von Hof Ramsbau